Hallöchen alle zusammen! Heute zeige ich euch, wie man so eine schöne Lichterkette aus Ayerkartons selber machen kann. Habt ihr noch nicht abonniert? Dann drückt jetzt auf den Abonnier-Button, damit ihr keine meiner Videos mehr verpassen könnt. Was brauchen wir für unsere Kette? Ganz wichtig, Ayerkartons und so eine Lichterkette, die bekommt man eigentlich ganz günstig. Dann brauchen wir noch eine Schere, ich verwende gerne eine Nagelschere, dann verschiedene Farben. Ich habe mich für Acrylfarben entschieden und einen Pinsel. Jetzt zeige ich euch, wie diese Lichterkette im Dunkeln leuchtet und danach zeige ich euch, wie man sie macht. Ich habe hier einen Eierkarton und jetzt trenne ich mir diese zwei Teile ab. Jetzt reißen wir uns noch die Seiten von den Mittelstücken ab und ganz wichtig, die Mittelstücke sollten unversehrt bleiben. Dann trennen wir uns noch die einzelnen Mittelstücke ab, damit sie dann so aussehen. Man sieht ja hier so eine ründliche Wölbung. An der entlang schneiden wir uns jetzt von allen Seiten ründlich ab. Wenn wir das gemacht haben, bemale ich mir immer alle zuerst mit weißer Farbe. Wenn wir unsere Eierkartonstücke schon beliebig bemalt haben, können wir sie dann mit dem Loch auf der Oberseite auf unsere Kette stecken und keine Angst, bei mir sind noch keine dieser Stücke runtergefallen. Und bei meiner Kette passen zum Beispiel 20 dieser Eierkartonstücke darauf. Und wie ihr seht, ich habe die Eierkartonstücke auch von innen bemalt, damit das Licht, wenn die Kette dann leuchtet, auch noch bunt wirkt. Und so schnell ist unsere Lichterkette auch schon fertig. Ich hoffe, es hat euch mit dir gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln und habt ihr bis jetzt immer noch nicht abonniert, dann drückt jetzt auf den Abonnier-Button. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis nächstes Mal. Tschüss!